Home Quadrat, die Messe für Immobilien, Bauen und Modernisieren. Ihre Immobilienmesse in Hamburg. Auf dem Gelände der Messe Hamburg, mitten in der Stadt. Für uns ist es wichtig, dass man wirklich ganz kompakt die Kernthemen, also zum Beispiel das Thema Garten, zum Beispiel das Thema Küche, das Thema Bad, dass wir das kompakt darstellen, komprimiert darstellen, sodass sich die Besucher einmal einen Überblick über die Produkte verschaffen können, über die Dienstleistungen und gleichzeitig aber eben auch Inspiration zu bekommen. Wir sind auf der Suche nach einem Grundstück und auch nach einem Baupartner. Die Auskünfte sind sehr gut, die Messe gefällt uns auch gut, sie ist übersichtlich gestaltet. Die Aussteller gehen offen auf uns zu und wir freuen uns, hier zu sein. Jetzt gerade so für kleinere Gewerke, was Fliesen und Barterstattung angeht, finde ich das eigentlich sehr interessant. Ansonsten sind wir selber Haushersteller und gerade hier natürlich einige aus der Region da. Und es ist auch schön zu sehen. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass hier so viel Interesse auf das Thema Tiny House jetzt kommt und wir vernetzen uns hier gerade enorm gut mit den Hamburgern. Ja, das ist halt ein großes Thema aktuell, denke ich. Und hier gibt es ja auch noch diverse andere Sachen, die sehr interessant sind. Was findest du toll hier? Die Mini-Bagger? Ja. Ja, die Mini-Bagger sind der Highlight und tolle Sandkiste vorne im Eingangsbereich. Also ich denke, so ein bisschen Kinderprogramm ist schon gut. Also überdurchschnittlich, wenn man es mit anderen Messen betrachtet. Nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei und werden noch ein bisschen größer vielleicht auch aufziehen, das Ganze hier. Ja, das ist ja auch noch nicht.